Die letzten Vorbereitungen, hier noch ein bisschen Haarspray, ein letzter Blick, alles sitzt, das Fotoshooting kann losgehen. Jetzt bitte alle lächeln. Christina Lässig, David Joh und das ganze Moderatoren-Team von TV Allgäu Nachrichten. Jeden Tag laden sie sie ein, eine halbe Stunde im Feierabend gemeinsam zu verbringen. Und das soll sich auch nicht ändern, auch wenn wir bei TV Allgäu Nachrichten kräftig umbauen. Dabei nehmen auch unsere Moderatoren den Zollstock in die Hand. Denn es sind nur noch wenige Tage. Dann wird aus TV Allgäu Nachrichten, nämlich Allgäu TV Fernsehen fürs Allgäu. Darüber wollen unsere Moderatoren die Gesichter von TV Allgäu natürlich auch in der Zeitung und im Internet informieren. Also wurde die Studiokamera gegen einen Fotoapparat getauscht. Auf Gewohntes müssen Sie bei Allgäu TV Fernsehen fürs Allgäu ab dem 5. Mai nicht verzichten. Weiterhin haben wir für Sie unser Nachrichtenmagazin, Treffpunkt Freizeit, Treffpunkt Gesundheit, Katholisch 1 TV und den Wochenrückblick im Programm. Neu mit dabei ab 5. Mai Boulevard, unsere vier Regionalmagazine aus den vier Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten und Tipps und Trends mit verschiedensten Themen, von Fitness über Beauty bis hin zu Kochtipps. Ab nächsten Montag heißt es dann an dieser Stelle Herzlich Willkommen zu Allgäu TV Fernsehen fürs Allgäu. Schön, dass Sie Ihren Feierabend mit uns verbringen. Das sind die Themen der heutigen Sendung.